irgendwo auf der welt gibt es immer was zu feiern die einen feiern ostern die anderen feiern neue allzeithochs der dao zumindest mal der hat eigentlich zwischendurch schon mal eine ganz tolle situation gesehen allerdings ihr seht es der markt ist ganz schön noch mal nach unten weg gebrochen und das ist kein so besonders tolles zeichen denn die bewegung ist zumindest aktuell relativ schnell jetzt kann manch einer denken naja gut feiertagsbedingt rüdiger jetzt übertreibt mal nicht na gut die amerikaner haben keinen feiertag mehr da hat die woche ganz normal nach ostern jetzt begonnen und das ist schon ein echtes marktverhältnis oder eine echte marktbewegung auch wenn die europäer aktuell noch fehlen na gut muss das gleich hier für ungemacht sorgen naja größenmäßig ist das jetzt noch nicht irgendwie was von drama und was wir jetzt super eng beachten sollten im sinne von die welt geht unter aber es ist schon interessant dass die bewegung ja nicht jetzt erstmalig steil nach unten gehen wir hatten das hier seht das im vier stunden chart das ist ym das ist der dow jones future für den juni kontrakt also der aktuelle sozusagen der gehandelt wird von den institutionellen dann ist hier eine starke abwärtsbewegung gewesen der kurs ist allerdings noch wieder stark hoch aber die frage ist warum geht das immer so schnell so zügig runter zwischendurch warum sind das immer so angstmomente wo man dann denkt was ist das also es fehlt vielleicht noch die ganz blöde eine nachricht die dann den markt wirklich beschleunigt nach unten schickt die ist im moment ja fehlt noch so ein bisschen aber wir kriegen auch diese woche wieder eine ganze reihe daten rein davon sind einige durchaus in der lage den markt ernsthaft zu beschädigen die gute stimmung zu beschädigen wenn ihr das mit mir genauer angucken wollt und dann ist dieses video oder das index update am nachmittag sicherlich der falsche ort das gucken wir uns nachher um 18 uhr 30 also montag 18 uhr 30 live oder gerne in der aufzeichnung gemeinsam an da schauen wir uns an welche termine diese woche besonders haarig sind und es gibt noch eine extra nachricht die vielleicht für den einen oder anderen interessant ist die durchaus sehr markt bewegend werden kann und tatsächlich ansteht das habe ich heute von einem branchen insider erfahren ich habe nämlich den nachmittag für euch den früh den mittag eigentlich genutzt hier in japan war schon abend für ein abendessen mit sehr interessanten gesprächsaustausch davon will ich euch dann ebenfalls kund tun so dass ihr vielleicht noch mal die eine oder andere einschätzung habt auch im internationalen handel und auch über die reihen indizes hinaus was sich da tut gerade beim währungs aber eben auch am zinsmarkt na gut also das aber eine andere geschichte der link dazu unten im text des videos beziehungsweise in der endcard da könnt ihr gegen ende dann sehen einfach drauf klicken und dann seid ihr damit dabei so wir bleiben aber jetzt im moment bei den indizes fokussieren uns mal auf den dow jones und wenn ich mir den angucke sehr starke abwärtsbewegung und wer mich kennt weiß dass ich jetzt im short modus bin nicht übergeordnet nicht gleich in panik ausbrechen also ich bin jetzt nicht deshalb im short modus weil jetzt hier mal eine rote wochenkerze im moment gerade anfängt am montag auch nicht weil die heutige tageskerze so dramatisch runtergekommen ist beziehungsweise intraday mäßig das ist ja alles im großen bild überhaupt nichts das none event aber für mich als intraday beobachte und händler des marktes ist das natürlich schon etwas wenn der markt jetzt korrektiv nach oben geht dann ist zumindest noch mal eine abwärtsbewegung sehr realistisch und das könnt ihr euch dann eben ausrechnen ungefähr anhand der eins zu eins relation ob euch ein rücksetzer dieser art stört auch dieser rücksetzer der würde ungefähr im tageschart bis hierhin gehen wird die übergeordneten die auf tagesebene erstmal noch nicht wirklich beunruhigen gar nicht null aber für intraday zumindest mal ein zwischenschort ermöglichen doch wenn die bewegung noch ein bisschen weiter geht dann könnt ihr schon sehen okay stellt euch vor der fällt jetzt noch bis hier das ist jetzt nur eine annahme das weiß ich noch nicht aber wenn er bis hierhin fällt anschließende korrektur in die mitte dieses raums wieder hoch macht dann weiß ich dass das typische ziel bei bruch dieser zwischentiefmarke eben hier unten liegt und dann sind wir schon ruckzuck wieder eine etage tiefer und für diejenigen die das dann doof finden die können dann vorher schon ernsthaft überlegen ob man dann nicht sagen na gut dann gehe ich raus wenn ganz wichtig dieses short signal getriggert wird das ist immer ganz wichtig wartet auf die trigger denn hier hatte ich doch erinnert euch hatte ich ähnlich eigentlich argumentiert habe ich gesagt guck mal hier wenn der wackelig hoch kommt und dann hier triggert dann bin ich sowas von short hier für diese idee aber ihr seht das hat er hier nicht gemacht er ist schon nicht wackelig hoch und getriggert schon gar nicht also insofern hatte man hier gar nicht die versuchung den short diese idee dann auch tatsächlich zur umsetzung zu bringen und das ist vielleicht das mahnmal für euch die idee erst mal nachzuvollziehen und dann allerdings abzuwarten dass der markt dieses dieses bewegungsmuster auch durch bruch dieser zwischentiefs beispielsweise bestätigt also wieder mal vorsicht aber wann ist vorsicht nicht geboten an den märkten im kleinen bild müsst ihr mit weiteren abschlägen rechnen im großen erstmal naja gut das ist ein non event das ist erstmal nicht schlimm ist das jetzt gesichert nein wir müssten ja korrektiv nach oben gehen und hätten dann eben den trigger für einen zwischenschort und dann ist die frage können wir dann wieder long gehen ja möglicherweise schon denn dieses verhaltensmuster haben wir ja schon mehrmals gehabt also das ist jetzt nicht so außergewöhnlich a b c auch hier a b c diese verhaltensmuster hatten wir hier schon an mehreren stellen manchmal ist es nicht so deutlich zu erkennen es ist deutlich zu erkennen aber an genau diesen stellen bietet sich dann an ernsthaft nachzugucken ob wir da vielleicht eine wendekerze kriegen irgendwie was was für eine umkehr spricht um dann wieder zu sagt geil ich kann noch mal günstig rein auf die long seite aber ihr seht bis dahin sind noch ein paar hausaufgaben eben zu erfüllen um das ganze bild zu bestätigen was wäre wenn wir jetzt hier ein long signal a la dieses hier bekommen also dieses umkehrsignal in form eines hammers beispielsweise das würde natürlich auch für mögliche long einstiege eben sprechen achtet allerdings darauf dass anstiege nicht so zwangsweise so weit gehen das ist durchaus auch manchmal so dass so ein anstieg eben nur kurz geht also agiert mit eng stop zieht den hinterher und wenn es dann eben nicht sein soll vorläufig dann geht er halt raus und nutzt halt die nächste chance aber die chancen an diesen umkehr stellen sind relativ gut dabei zufälligerweise kein hammer aber irgendwie sowas in der richtung ist immer ein ganz gutes indiz so also vorläufig die abwärtsseite solange es korrektiv hoch geht ist mit weiteren shorts zu rechnen ihr könnt euch ungefähr ausmalen wie tief diese eben gehen anhand dieser eins zu eins projektion habt ihr ein mindestmaß das sich erweitern kann aber dann könnt ihr entsprechend planen ob ihr sagt ficht mich gar nicht an kaufe ich noch mal günstig ein oder ob ihr eben sagt okay da muss ich rausgehen will ich lieber rausgehen das mir dann einfach zu fischig und da warte ich dann lieber rausgehen na gut also das ist mal so die eine idee das gleiche beim s&p auch dort klasse neues hoch hier gehen wir mal raus ganz schön tapfer gestiegen also auch von der seite aus gab es schon was zu feiern allerdings nicht auf schlusskursbasis zumindest mal aktuell ist der kurs ja deutlich runter gekommen also nach dem wochenerster gedanke war rauf 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 aber dann ging es dann doch noch mal deutlich runter also ein nicht so tolles zeichen gleich zum wochenstart und auch hier der verdacht da haben wir 15 minuten chart dass das hier beim s&p 500 vielleicht sogar so ähnlich ist wie wir das so ganz gerne sehen korrektiv dann nach oben bietet dann eben noch mal die chance für ein zwischenschort für die intraday freunde wer ganz genau hinguckt kann dann hier sogar noch mal zwischendurch long gehen ihr seht ja das ist immer das gleiche muster das verhalten ist sehr sehr häufig sehr identisch und wenn es beim einen mal deutlicher ist dann handelt man halt den und wenn es beim anderen deutlicher ist dann handelt man halt den also insofern hat man da ja ganz gute auswahl in amerika ansonsten gilt hier natürlich das gleiche wenn es wackelig hoch kommt wäre das ein zeichen für die short seite wenn er hier triggert für beide dow jones aber auch hier für den s&p gilt allerdings natürlich auch haben wir hier jetzt einen steilen anstieg anstelle von wackelig wie ich gesagt habe und dann allerdings korrektiv runter also dreiwellig oder eben irgendwie so mehrfach hin und her wobei die gegenbewegungen sich immer so überschneiden viele zeiten dann so einen trennkanal ein das sind immer ganz gute zeichen dann haben wir eine ganz gute chance dass der kurs vorläufig noch ein gutes stück nach oben geht sollte diese bewegung unterhalb dieses hochs bleiben würde ich sogar die 1 zu 1 projektion nehmen als ziel geht der erst da oben hin und kommt dann wackelig runter dann ist zwar auch eine fortsetzung relativ realistisch aber nicht zwangsweise 1 zu 1 sondern erstmal wieder bis zu den neuen allzeithochs die dann neu entstanden sind in der geschichte also insofern auch hier so ein bisschen alles angeschlagen der nasdaq sowieso der ist immer noch ohne neues allzeithoch wir sehen dass wir hier das hoch vom 21. noch nicht überschritten haben er ist da doch deutlich vorsichtiger wir hatten da neulich schon drüber gesprochen da war der kurs noch so das war vor dem wochenende irgendwann vom osterwochenende wo wo wir gesagt haben das sieht sehr korrektiv aus gute voraussetzung führen nach oben und dann hatten wir allerdings auch gesehen dass der kurs hier in der aufwärtsbewegung ne das ist nach dem wochenende schon gewesen ihr seht hier 1. april also erstmal hoch das ist aber dreiwellig also wenn ich mir das angucke hier dieses teilstück vier stunden chart hier zur orientierung tiefpunkt 27. märz hochpunkt alles heute jetzt so mehr oder weniger so wenn ihr also diese bewegung seht bis dahin hätte man noch gesagt entschuldige das ist doch klasse da können wir doch noch was draus machen er hat aber wenn ich das richtig gesehen habe noch nicht getriggert hier an der stelle ja also insofern ist das alles noch in ordnung ja und da bis dahin ich gehe noch mal raus wäre noch erstmal eine überlegung vielleicht für die long seite sogar aber dann möchte ich natürlich sehen dass die seite entweder sehr steil ist oder aber von mir aus überschneidungsfrei also diese rücksetzer möglichst nicht überschneidend sind aber wenn ich mir jetzt hier diese überschneidung diese aufwärtsbewegung angucke jetzt dann sehe ich naja diese tiefs sind jetzt hier wieder überschneidend und damit ist diese bewegung dreiwellig und damit ist longen für mich im moment nicht so adäquat da würde ich fast eher sagen ja dann mach halt deine korrektur noch mal ein bisschen weiter ja das muss ja nicht ewig gehen aber ihr seht schon der verdacht droht dass der kurs zunächst noch mal hier runter geht und das ist dann vielleicht in korrespondenz mit s&p und dao der ja auch im moment eher noch mal für die short seite eben aussieht und dann können wir gucken ob der kurs dort tatsächlich einen boden findet endlich mal umdreht oder ob der markt dann wirklich zusammenbricht und mal eine übergeordnet etwas größere oder vielleicht sogar sehr ja gut also das wollen wir nicht heute nachmittag im index update besprechen das wäre ein anderes thema aber das ist zumindest mal die sorge die einige marktteilnehmer haben das sieht man ganz klar in den chartverläufen denn es geht doch ganz schön nervös in beide richtungen nochmal der hinweis wer sehen will und wissen will was diese woche besonders bewegt da gibt es nämlich einige sachen die wir im hinterkopf behalten müssen fixe termine aber auch ein paar hintergrundgedanken die diese woche durchaus zum tragen kommen können die sollten wir uns unbedingt gemeinsam angucken heute abend um 18.30 Uhr wenn ihr dabei sein wollt gerne live falls ihr es verpasst ostermontag vielleicht familie noch im vordergrund steht schaut euch gerne die aufzeichnung dazu zumindest an damit ihr nicht unvorbereitet seid und nachher entweder tolle bewegung verpasst oder eben aber auch nachher sagt ach wäre ich doch mal hätte ich doch dann hätte ich es wenn ich es gewusst hätte hätte ich da was machen können deshalb schaut euch das unbedingt gerne an der link jetzt hier in der endkarte so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute toi 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 und dann hören und sehen wir uns vielleicht ja schon in kürze wieder bis dann macht's gut ciao ciao